hallo 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 hier ist ein neuer sportvlog heute bin ich wieder am laufen zwischen zwei wm spielen da will ich die stunde mal nutzen und ich muss sagen nachdem ich vorletzte woche 19 kilometer gelaufen bin fühle ich mich jetzt wieder total unfit aber das erzähle ich gleich ich habe zwar vor zwei wochen erst den strong viking hinter mich gebracht mit 19 kilometer distanz aber habe jetzt pausieren müssen wegen meiner verletzung läuferig jedenfalls und irgendwie es will nicht so hinhauen ich fühle mich totale scheiße aber jetzt muss ich mich wieder durchbeißen es geht für mich gefühlt bei null los wird schon wird irgendwie ich muss jetzt die stunde nutzen mal gucken wie weit ich komme ich habe jetzt knapp dreieinhalb kilometer hinter mir und ich fühle mich totale scheiße als hätte ich schon zehn kilometer gelaufen beine sind schwer irgendwie die pack ist heute nicht keine ahnung vielleicht auch ein fall für silke dumanschitsch die motivationstrainerin kacke heute totale kacke aber muss noch mal ein bisschen weitermachen bevor ich hier umdrehe voll scheiße voll scheiße sechseinhalb kilometer oder sowas habe ich jetzt und ich quill mir einen ab ich kriege keine luft mehr wahrscheinlich irgend so eine allergie scheiße in der luft meine beine sind kacke nur am nörgeln heute ich versuche die acht voll zu machen denn es gut morgen ist ems trainier angesagt elektro muskelstimulation bei rosario batalla das wird lustig mit tanja zusammen da wieder einschalten aber heute passen griff ins klo ich muss irgendwie nach hause kommen krieg keine luft mehr ja heute voller loser acht kilometer habe ich zwar hinter mich gebracht aber was ein rotz ehrlich ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich krieg keine luft mehr irgendwas von den feldern hier in der luft ich muss jetzt nach hause muss mein asthma spray nehmen was das scheiße ehrlich rotz tach rotz tach ehrlich naja ich freue mich auf das ems training morgen das wird lustig also wir sehen uns morgen sorry heute voller loser tag cheerio miss sophie muss auch mal sein muss auch mal sein wie 10 wie wie Untertitelung des ZDF, 2020